Liebe Ulimar-Freunde, für alle Aktiven, Wanderfreunde oder auch Naturliebhaber haben wir eine ganz besondere Reise in unserem Programm. Panorama wandern entlang der Rotta Vigentina. Die Rotta Vigentina ist ein ungefähr 450 Kilometer langes Wanderwegnetz im Süden von Portugal, meist an der Westküste entlang. Entstanden ist es aus einem alten Fischertrail, den die Fischer damals genutzt haben, um sich an der Küste entlang zu bewegen. Wir können natürlich in einer Woche nicht die ganzen 450 Kilometer wandern. Deshalb haben wir uns das schönste Stück rausgesucht, und zwar von Almograve bis runter an die Algarve. Auf dieser siebentägigen Tour erleben Sie unberührte Landschaften, die unberührteste Küste Europas, einsame Strände, einmalige Küstenvegetation, Ufervegetation, kleine Buchten, Felsformationen, typische portugiesische Fischerdörfer, wo man wirklich abends dann noch das kleine Restaurant irgendwo am Meer findet und ausschließend mit Einheimischen sitzt. Die Reise ist komplett für Sie organisiert. Sie erhalten von uns entsprechendes Kartenmaterial, hochwertiges, entsprechende Reiseführer. Gepäcktransport wird für Sie übernommen. Und ja, schauen Sie doch einfach mal auf unsere Website für weitere Informationen, www.onima.de oder wenden Sie sich an unser Service Center. Vielen Dank. Vielen Dank.